Heyo Leute, willkommen zur nächsten Folge Mass Effect 3. Weiter geht's hier, wir sind immer noch im Death Wish. Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlsignal der Reaper deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch einen Sensor-Cluster. Da hinten. Interessant. Ihre Anti-Jäger-Laser benutzen Ultraviolett-Frequenzen. Die meisten Schiffe nehmen Infrarot. Teuer. Bringt aber auf kurze Distanz bestimmt den entscheidenden Vorteil. Als die Flotte das Schlachtschiff gejagt hat, haben diese Laser unsere Schiffe praktisch auseinandergeschnitten. Los zur Kommandozentrale. Befugung. Okay, wir haben Besuch. Oh. Oh. Na komm. Oh jo, alter, der Tragetenwerfer. Bleibst du mal stehen hier? Tschüss. Ihre Verstärkung ist eingekommen. Ich höre keinen Alarm. Das ist nicht so. Wir finden eine Warnung bei jeder Einheit auf diesem Schiff. Wir müssen es bis zur Kommandozentrale schaffen, bevor sie uns umzingeln. Das werden wir auch. Ich lasse mich hier nicht aufhalten. So. Der hat uns nicht gesehen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir dem mal... Soll wir den nicht töten, oder was? Wow. Oh. Find ich blöd? Ich seh keinen. Wo denn? Ich hab keinen gesehen. Nein. Sehen Sie, das Signal geht an sämtliche Geth-Prozesse. Die Reap haben sie vollständig unter Kontrolle. Ich habe die Daten, die wir hatten, einigen Kotknackern gesendet, aber noch keine Antwort erhalten. Sensordaten. Können Sie erkennen, wie die quarianischen Schiffe sich schlagen? Wir haben schwere Verluste. Die Geth verfügen über eine planetare Verteidigungskanone. Sie zerstört unsere Flotte. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Nur dafür sorgen, dass Ihr Opfer nicht umsonst war. Noch eine neue Waffe. Schauen wir uns die mal an. Ja, etwas weniger Gewicht. Gut, macht bei dem keinen Unterschied. Weniger Kapazität, viel mehr Feuergeschwindigkeit. Das ist natürlich geil, wenn man so richtig schön schnell schießen kann. Mehr Präzision und etwas weniger Schaden, was man durch ein Modul aber auch wieder ändern kann. Ich würde die eigentlich so mal ausprobieren. Gut, die macht extrem wenig Schaden, hat aber dafür so viel Feuergeschwindigkeit. Und verzieht nicht. Das heißt, sie könnte richtig geil sein. Die Kommandozentrale des Schiffs ist da vorne. Gut, wir kappen das Reaper-Signal und bringen die Flotte hier raus. Die Jäger rücken an. Äh, okay, es sind ein paar mehr. Und unsichtbar. Geil. Ich sehe dich. Der Jäger ist am Boden. Das war es mit dem Schild. Jetzt bist du nicht mehr unsichtbar. Ja, ich weiß. Hört mal auf zu sterben hier. Sterben ist nicht cool. Ich helfe dir mal so ein bisschen. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Erstmal ein bisschen Muni holen hier. War es vielleicht doch noch nicht. Das war knapp. Da oben haben wir die Konsole. Hier ist nichts. Ja, auch nicht. Verdammt, sie haben das Reaper-Signal abgeschottet. Wir können es aus der Kommandozentrale nicht abschalten. Da, das Reaper-Signal kommt vom Antriebskern. Und wenn wir dort sind, schalten wir es ab? Ja, aber wie kommen wir hin? Jetzt haben die Notschotten verriegelt, um uns zu blockieren. Wir brauchen einen freien Weg zum Antriebskern. Einen Weg, der der Länge nach durch das Schiff führt. Und die Hauptbatterie? Sie sitzt direkt am Antriebskern. Das könnte gehen. Aber? Die Gap halten uns hier immer noch fest. Wir müssen die Türen aufkriegen. Sie haben hochrangige Prozesse gesperrt. Wir brauchen was Einfaches. Einen schiffsweiten Notfall. Ein Feuer oder so. Und das Wärmeverteilungssystem? Moment. Wenn ich einen Hitzealarm vortäusche, werden alle Wartungsröhren für die Notbelüftung geöffnet. Hebt das die Verriegelung auf? Ja. Okay. Ich habe es vorbereitet. Aber seien Sie bereit. Ich registriere feindliche Gäste auf der anderen Seite der Türen. Sie fallen von der Decke. Da könnten auch noch getörte Jäger sein. Die kann ich nicht benutzen, solange ich im Kampf bin anscheinend. Ah, brauchst du dich gar nicht unsichtbar zu machen. Ich sehe dich trotzdem. Und ich sehe auch dich. Oh, nicht gut. Nicht gut. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das wäre beinahe schiefgegangen. Ich sehe dich. Äh. Also da, wo die rausgekommen sind, denke ich mal. Das war, glaube ich, hier irgendwo. Genau hier vorne. Dann mal schnell weg hier. Das Schiffes ist beinahe variatisch, aber eben nicht ganz. Es wurde für synthetische Wesen gebaut, nicht für organische. Jede Spezies hat ein anderes ästhetisches Empfinden, aber ich stimme zu. Dieses Design ist wirklich fremdartig. Ich finde die Vorstellung erstaunlich, dass die Gäste ihre Intelligenz direkt mit dem Schiff verschalten können. Sie wären dann praktisch überall um uns herum. Trotz all unserer kybernetischen Upgrades werde ich nie verstehen, wie man das alles komplett in ein Schiff integrieren kann. Bis zur Hauptbatterie dürfte es nicht mehr weit sein. Es überrascht mich, dass man sie mit dieser Mission betreut hat, Tali. Wieso? Die Sterbe haben sie bloß einer Exzellenten verloren. Und wenn wir erfolgreich sind... Verdammt! Prioritätsmeldung! Eine planetare Verteidigungskanone hat soeben Admiral Corys Schiff abgeschossen. Überlebende? Sie sind in den Rettungskapseln. Und ich habe hier Admiral Rahn, die gerade versucht, eine sichere Verbindung herzustellen. Stellen Sie sie durch. Shepard, hier ist Rahn. Die schwere Flotte geht in die Knie. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Wir werden das Reaper-Signal in Kürze deaktivieren, Admiral. Das werden wir. Das hörte sich sehr nach einem Reaper an. So, wo müssen wir denn... hin? Okay. Die schießen anscheinend irgendwie Elektrowände oder so. Äh. Ich würde fast sagen, das... ...darf mich nicht erwischen. Und dann noch Gegner dazu. Geil. 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 Aua. Nein. Komm her. Ali, pass auf. Was? Ich stand hier hinter. Alter. Okay, das haut ordentlich rein. Geil. Oh. Vor mir war doch eine Wand, Alter. Okay. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich glaube, er ist hinter. Ich weiß nicht, wieso ich hier am Geschwister. Das Ding ist doch noch vor mir gewesen. Sie sind auch über uns. Eigentlich. Schön hier hinter bleiben. Ich lasse dich erstmal eben liegen. So, jetzt... ...kan ich dich aufheben. Sonst wärst du gleich wieder down gewesen. Oh. Nicht gut. Ja. Ich helfe euch mal so ein bisschen. Gut, nicht gut. Okay, ich bleib hier hinter. Au. Nichts da. Oh, nicht gut. Das war's mit dem. Oh, nicht gut. Was machst du denn hier? Geh weg. Und... Geh nochmal weg. Und du lässt meine Leute in Ruhe. Kann ich hier oben irgendwas abschalten vielleicht? Äh... Ne, nicht so. Ah, da drüben. Ähm... Ähm... Genau, davor hatte ich Angst. Scheiße. Ihr wisst, dass ich direkt neben euch stehe? Ihr müsst mich nicht anschreien, ja? Okay, hier also das gleiche Spiel nochmal. Dann würde ich aber sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, verwerten und kommentieren. Und zur nächsten Folge wieder einsteigen. Also bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Alles an, Leute.